Hey, Johannes hier für NWB.com und ich bin hier gerade bei Samsung auf der CES 2023 in Las Vegas und die haben hier neue Monitore vorgestellt, darunter den neuen Samsung Odyssey Neo G9, ein 57 Zoll Monitor mit Dual-UHD-Auflösung. Der neue Samsung Odyssey Neo G9 ist der erste Monitor mit einer Dual-HD-Auflösung, das sind 7680x2160 Pixel, das bei einem Seitenverhältnis von 32 zu 9 und einer Bildschirmdiagonalen von 57 Zoll. Der Monitor ist zu 1000R gebogen, ist also schon sehr curved und setzt auf Mini-LEDs. Wir haben hier eine gute Helligkeit und auch VESA HDR1000 ist hier mit an Bord und das ist natürlich ideal für verschiedene Spielumgebungen von düster bis hin zu sehr hellen Szenen. Der Monitor hat auch ein mattes Panel, was natürlich immer sehr schön ist, um störende Lichtreflektionen zu vermeiden, die den Spieler möglicherweise ablenken könnten. Der Odyssey Neo G9, der hat eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, was natürlich bei Games für besonders flüssige Inhalte sorgt. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass es sich hier um einen der ersten Monitore mit DisplayPort 2.1 Unterstützung handelt. Damit werden Daten etwa doppelt so schnell übertragen wie mit DisplayPort 1.4. DisplayPort 2.1 unterstützt auch das nahezu verlustfreie Display Stream Compression, DSC, um Informationen ohne Verzerrungen zu übertragen. Wir haben auch hier weiterhin dieses coole Design, was immer noch schlicht ist, aber einfach wirklich richtig top aussieht, hier mit der weißen Rückseite. Ich finde es einfach wirklich sehr, sehr schick. Leider hat Samsung noch keinen Preis und auch noch keine Verfügbarkeit zu dem Monitor genannt. Und das war mein Video vom neuen Samsung Odyssey Neo G9, dem 57 Zoll Dual UHD Monitor hier auf der CES 2023. Vielen Dank fürs Zuschauen!